servus und willkommen zu einer neuen folge von italy horizon ja ihr habt gerade gesehen am anfang ich bin hier ein bisschen im nähter rum geflogen war ich denn es dann doch place rot wollte einmal gedacht habe naja das könnte doch einigermaßen doch schnell gehen schauen wir mal dass wir es auch so hinkriegen wer hat auf mich geschossen aber auf mich schießt der geist der vergangenen weihnacht oder so ich weiß mal was von wo aus hast du geschossen du warst es zu klein so klein so kleiner block so ne sau nein geld nicht so dann schauen wir mal ich brauche ja nur weil ich habe den magneten der magnet könnte mir eigentlich ganz schnell die place rot besorgen ja das heißt wir brauchen nur du verschwindest gleich mal laufen mal weiter hier sehe ich schon mal nichts dann tue ich ein sehen tue ich mich oh der ist gleich da oben da komme ich nicht hin ja da oben ist er dünn versteckt kommen wir da auch ein bisschen auf ohne dass ich mich umbringt da kommt man bauen wir uns hier einen kleinen durchgang vor allem habe ich auch gleich die steine kommt man hier augen wir nach oben und dann nach hinten von denen von denen sind es doch die sind doch alle hier vorher geil oder das ist mal wieder super hätte eigentlich den bruder von darf werde hier eingelassen da hat man anders schwer wenn man das weg machen wir stellen um es war jetzt wieder klar und schon voll ich habe alles möglich bis jetzt bekommen aber noch keine place rot hallo mach meine aua er hat mich getroffen oh gott den krieg ich den brauche ich lang bis ich den blatt krieg ja nein ach das ist wieder mit feuer nur klar macht spaß wenn ihr natürlich 50 prozent meiner pfeile näher ins nirvana falle ich glaube ich habe ein blaze rot ja genau ein kommen das war bevor mir die pfeile ausgehen und leben ja genau wir sind leider vorher die pfeile ausgegangen und ich glaube ich habe auch kein eisen dabei dass ich sehe jetzt auch noch gebrochen ja drag hätten du mal hätten du mal was mitgenommen zum rapsen ihren ich habe gar nichts dabei das ist ja das ist ja grausam im feuer stehen geblieben oder was ich habe auch kein flinster bei sobald ich das weiß das wird es lustig daher zu kommen ja man ich bin schon ewig nicht mehr in meinem bettchen gewesen es tut mir leid aber das muss sein und wir stellen mal schnell das bett auf ich habe mich jetzt eingebuddelt oder so hätte ich schon hingekriegt aber es wird sowieso schwer genug ihr habt ihr gesehen ich bin richtig viel geflogen ich habe momentan keinen zweiten kleider ich habe keine vernünftige rüstung die rüstung nämlich auf jeden fall schon mal das damit das muss ich brauche auf jeden fall eisen das musste ich mitnehmen oder mein boot war doch eisen das wird auf jeden fall jetzt spaßig habe ich was was kostet mich so ein kleider ich glaube der kleider kostet mich ja das ist nicht das problem aber das da ist das problem ich habe keinen tenet laser übrig tenet laser zu machen ja ich habe mich aber dafür brauche ich auch phosphor phosphorsäure ja wie noch nicht um phosphorsäure zu machen ok appetite und wasser aber habe ich auch noch nicht macht keinen sinn und die dinge zu machen dauert zehn minuten und jetzt einfach hier zehn minuten rumstehen macht absolut keinen sinn um sich einen kleider zu bauen vor allem den zweiten ja wobei stimmt nicht ganz als es macht schon sinn dass man sich ein kleider baut braucht 5 ich brauche 5 ich brauche 9 ich brauche 18 leder so war dann nicht irgendwo genau dann haben wir das dann habe ich 3000 kleider aber leider mein zeug nicht es wird lustig macht das mache ich auf jeden fall im speed gang das könnte man glauben also vielleicht hört er mich dann mal auf ihn zu fluchen weil ich dann mit rein so als allererstes aber was futtern zwei hot dogs okay dann schnell die aufhängen vor allem schnell blind könnte ich noch ein bisschen mitnehmen da hat mein bogen auch noch mal was ich habe jetzt halt leider meine ganzen picken ich habe alles mitgenommen alles dabei sowas macht eigentlich sinn dass man am anfang kann man sowas macht dass man sagt okay ich lasse einen hammer zu hause und zwar den besseren und ja aber mir fällt gerade ein ich brauche noch mal was noch mal 4 ich glaube das war es so sondern hätte ich mal gesagt wir gehen jetzt hier rein im assembler 4 und 3 moment lv da brauche ich nicht lange überlegen das ist billiger auch noch ein bisschen länger ja aber jeder fahrt ist umsonst oder fünfte jeder fünfte so dann kommst du jetzt auf jeden fall hier hin dann haben wir die strings die kommen hier hin und das leder kommt hier hin dann haben wir schon mal den da du wirst schon mal gesaved das leder nehme ich mit äh so dann heißt es wieder gleich nach vorne latschen das auch aufhängen der ist aber nicht der wichtige die anderen zwei sind die wichtigen das ist nur der der wo das die schule hoffentlich repariert ja 25 prozent haben wir schon bereit mal nochmal alles vor und das schöne ist hätte ich nur auf mich gehört ja ne so also für die kleider wings brauche ich zwei stück die kann man ja leider nicht machen und ich brauche eine platte und vier stahl schrauben oder genau also das heißt hier von drei die geht da rein die stahl schrauben dürften nicht das problem sein die rot sind auch nicht das problem da kann ich nicht mal ja langsam machen alles schon alles fertig ist und werkzeug habe ich leider auch keins können jetzt noch mal ein hammer bauen aber warum ich sehe das schon kommen ich nutze es dann ab oder so habe mich rein zu will ich hier weiß ja noch eine picke wo ich mich ein bisschen durcharbeiten doch da habe ich eine saumian picke hätte ich könnte ich schmelzen das macht keinen sinn die wie zu verwenden dann heißt es für mich ja okay das ist nur das ding besteht aus für eine nähe brauche ich gar nicht also ja ich habe ein bisschen was dabei 7,75 machen die attacke ich nehme schon mal mittelschwert ja das problem war wirklich ich hätte wirklich abhauen müssen als ich gemerkt habe dass wir meinen dass mir meine pfeile ausgegangen sind aber nähe das ist halt dieses nähen geht schon nein geht nicht also waffen habe ich jetzt ein bisschen was dabei brauche ich brauche noch eine picke das nützt mir nix habe ich draußen habe ich draußen nicht noch vielleicht ein bronze kopf von der picke rumfliegen weil ich doch nicht am anfang alles verwendet habe ich habe sogar eine stahlpicke machen wir machen wir machen wir machen wir es halt so oder dann habe ich wenigstens ein bisschen was dabei ich muss jetzt halt an ja also ich muss halt hoffen dass die die kate sind muss nach hinten gott sei lang bin ich ja hinten gestorben und nicht vorne weil das ist ja das viel schlimmere weil dann kann sein dass das borne noch nicht ausgelöst wird dann kann ich das vielleicht einsammeln ich merke das schon wieder ich mache mir gerade wieder viel zu viel kopf was aller schief gehen könnte und dann klappt oder es geht aller schief und ihr seht täglich grüßt das murmeltier oder was auch immer okay dann hätte ich gesagt ich habe dass ich habe dass ich habe das genau ich wollte in den picke machen ich hätte aber eisgelt gesagt nehmen den rest machen wir aus holz oder wenn es geht so das heißt also ich brauche das binding du gehst du mal dahin du kommst dahin da kriege ich das gehst du wieder hier hin jetzt hier hin so und dann kommt das holz raus und das kommt rein und dann habe ich hier mein rot da kommst du jetzt da hin und du kommst da hin genau und du kommst dann doch nach oben und ich nenne ich jetzt einfach stahl axt kann ich kann nicht mal ich kann nicht mal im schlafsack schlafen weil ich kann mehr habe ich weiß nicht mehr wo ich das bett hingestellt habe das ist doch viel besser ja da kann sie auch irgendwann hin ja ich stelle mal sachen dahin wo sehen kann hurra so wir sind bei 94 prozent ja so lange können wir jetzt noch warten ach ja das ist schön das ist toll aber früher wäre ich ausgeflippt das ist vorbei ist halt passiert mega dummheit können wir uns die küche noch ein wenig genauer angucken vielleicht fällt uns noch was auf was man noch verändern könnten ja ich bin beim überlegen ob ich hier ob ich aus diesen vierern hier einzelne macht oder da hinten vier einzelne macht das weiß ich noch nicht so und du bist fertig ich habe doch alles ich habe doch alles dabei oder nein ich habe nicht alles dabei braucht nämlich noch bestimmten hammer und ein schraubendreher ja nichts dabei armen wie die kirchenmaus nicht mal werkzeug habe ich und das problem ist der zeit wenn man sich jetzt dann hin tp sollte ja und die die viecher sind ja doch ein stückchen weiter weg gestorben genau etwas weiter weg von von dem punkt wo man war dann hast du halt das problem dass wenn du dich dahin tp ist dass die monster halt noch dort sind ja du kannst jetzt auch hingehen und sagen erlade den chunk kann sich freuen weil dann sind sie auch noch da muss jetzt eigentlich hoffen dass er entladen wird weil dann verschwinden sie und ja so wir schauen jetzt mal an ich bin jetzt hier hier hinten ist die festung und da bin ich gestorben aber da fällt mir doch glatt was ein ganz oben ist vielleicht blöd nach ganz oben komme ich ja moment man darf wenn ich vergesse ich habe keine springschuhe mehr und schon sagen springer stiefel hier habe ich gleich gar nicht so ok da habe ich jetzt auf jeden da hätte ich auf jeden fall noch mal was drin so und das steht jetzt für mich heißen jetzt in die richtung beziehungsweise nein das ist die oberste ich bin glaube ich einen tiefer habe ich denn meine gänge gepudelt bin ich denn des wahnsinns es ist schon doof wenn man nicht mehr weiß was man selber getan hat ja es kann jetzt natürlich auch sein dass das nicht ganz unten war ich nicht glaube ich zumindest war schon oben nimm ich die da oh mein gott was da jetzt alles gespawnt ist tschüss ich muss unbedingt auch hier die fußböden rein machen ich laufe schon aber in die richtige richtung ja problem ist nur ich nehme halt keine steine mit wie soll ich dann darüber kommen das heißt wir laufen jetzt einfach hier mal entlang so wobei ich habe feuerfeste klamotten an alles alles soweit wie möglich mitnehmen wir bauen auch gleich die wolken ab so jetzt hier weiter lustig würde es heim finden wir haben mal das feuer aus ich habe nicht mal fackeln dabei doch nicht alles feuer aus hauen zu sehen nichts mehr so wie weit bin ich jetzt so mein tod ist und 430 blöcke bin ich entfernt ich sehe das kommen dass die picke erde kaputt ist als ich äh an meinem grab ja und magneten habe ich natürlich auch nicht au ach man ach so na doch kriege ich aber schon schaden obwohl ich feuerschutz habe nicht nett so so schauen wir mal man erwischt jetzt habe ich glaube ich erwischt jawohl so bevor es jetzt ja wir noch eine stunde dann sozusagen in diese richtung buddeln mache ich sie zu euch einfach ich mache es da draußen ein bisschen speed aufnahme und wenn ich an meinem grab bin oder vorher was anderes lustiges passiert dann sehen wir uns wieder abonniere b aber jetzt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020